Da bist du ja wieder. Was hast du herausgefunden? Viele Akten voller Listen und Zahlen. Nichts Verdächtiges. Aber in einer Akte stand ein Eintrag, der mit Tür überschrieben war. Darunter standen vier Zahlen. 4, 60, 9, 41. Ich hab sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Das hast du wunderbar gemacht. Diese Zahlen sind garantiert der Code für die Tür. Danke für deine Hilfe. Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Eventuell kann ich irgendwo einen kleinen Partner gebrauchen. Wow, klar! Cool. Das ist ja cool. Da haben wir eine Maus unterm Hut. Die kratzt jetzt offenbar hinten in der Hose. Unternehmungslustiger Timmy. Ich kann Timmy in meinem Hut spüren. Kitzelt ein bisschen. Ich hoffe, der köttelt da nicht rein. 4, 60, 9, 41. Das sind die Zahlen, die Timmy in den Akten des Direktors gefunden hat. Sie sollten mir bei der magischen Tür des Lehrerzimmers weiterhelfen. Ist das nicht zu einfach? Hm. Okay, Feuerstelle haben wir hier. Muss ich vielleicht das Glas noch erhitzen? Nein. Kann ich vielleicht den Button da hinten zeigen? Guck mal hier, Protestler. Ich bin einer von euch. Ja? Ja? Hallo? Besser nicht, solange ich die geheimen Handzeichen nicht kenne. Ich kann mir nicht jedes Mal eine Ausrede einfallen lassen, warum ich sie nicht vorführen kann. Welche geheimen Handzeichen denn? Ja? Ja? Das sind aber nicht so viele geheimen Handzeichen. Ich glaube, vielleicht kann unser Knastfreund uns da weiterhelfen. Okay, wir gehen hinauf zum Tor. Oder können wir vielleicht die andere Treppe auch noch raufgehen? Mal ganz kurz gucken, ob das geht. Und wir haben hier noch das Gulligitter, das wir jetzt aber nicht... Jetzt können wir das gar nicht mehr... Nein, jetzt können wir das nicht mehr anklicken. Okay. Und wir können auch nicht mehr da... Oh ja, das... Wir können also nur da hochgehen. Und wir können die Lampe betrachten und Müll. Ach, sieh an. Ich soll... Leere Kisten und Verpackungsmaterial. Ich kann nicht sehen, was mich... Hey! Wen haben wir denn da? Ach, der Pisspot! Beeindruckende Laufleistung! Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Bis er mich darauf hingewiesen hat, dass er da ist. Der Piss... Nein, nicht springen. Wir können auch reden. Der Arme. Spring nicht! Du... Du warst mal ein Soldatenhelm, oder? Und so wie du aussiehst, hast du nicht irgendwem gehört. Und jetzt hat man aus dir einen magischen Pisspot gemacht? Das ist ein beschissener Job. Ganz wörtlich. Ich kann schon verstehen, dass du weggelaufen bist. Du hast für das Gute gekämpft. Hast viel erlebt. Und jetzt... Wie wäre es, wenn du wieder Großes vollbringen könntest? Für deinen Oberbefehlshaber sogar. Ich baue einen Golem, der Erzmagier Alistair beschützen soll. Du kennst doch den Erzmagier. Er ist in Gefahr. Vielleicht stecken die Schatten dahinter. Aber auf jeden Fall eine dunkle Macht. Du könntest dem Golem als Beine dienen. Es wäre eine ehrenvolle Aufgabe. Also, bist du dabei? Abgemacht. Juhu, wir haben Golembeine. Ein Pisspot als Golembeine. Juhu. Und das... Irgendwie tut mir echt leid. Früher in den stolzesten Kriegen, lalala, und Leben gerettet und Leben geschützt. Und jetzt nur noch dazu da, um feiste Ersche ihre Kackwurst raus... Rauszub... Da bin ich gar nicht... Ach, der Arme. Die Beine des magischen Pisspots sind vielleicht nicht sehr dick. Aber sie sind kräftig. Ich bin sicher, sie könnten einen Golemkörper tragen. Vielleicht können wir die noch mit Titanium verstärken. Wir haben den Pisspot. Da freue ich mich. Und wir haben, glaube ich, auch den Kaufbeleg. Also gehört er ja uns. Ganz offiziell. So, und jetzt haben wir da oben noch eine Lampe. Was ist mit der? Nur mal gucken. Es ist gerade mal etwas über ein Jahr her, dass ich zum ersten Mal vor diesem Tor stand. Herr Schildträger wollte mich nicht in die Oberstadt zum Erzmagier vorlassen. Ich musste mir das Recht auf eine Audienz erst verdienen, indem ich Diplommagier wurde. Na, da wissen wir ja schon, was uns noch bevorstehen wird demnächst. Ich habe diese seltsame Trennung zwischen Ober- und Unterstadt nie verstanden. Die Oberstadt ist wie eine Stadt in der Stadt. Mit eigenen Mauern und einem eigenen Tor. Zwar arbeiten Leute aus der Unterstadt dort oben, doch abends gehen sie in die Unterstadt, weil sie sich oben die Mieten nicht leisten können. Mit meinem einen Apfel pro Tag würde ich dort oben auch nicht weit kommen. Zum Glück wohne ich kostenlos in der Schule. Na gut, dann gehen wir mal in diese komische feiste Fallschule. Und wie genau soll mir der Stadtschlüssel jetzt weiterhelfen? Ich sehe kein Schlüsselloch. Cool. Wie auch immer das funktioniert, ich habe keine Ahnung. So, nochmal kurz hier reden. Geht wahrscheinlich nicht, sind das dabei, ne? Ich wüsste nicht, was wir zu... Ja. Können wir vielleicht den Golem schon mal... Können wir nicht, okay. Können wir vielleicht schon mal anpinseln? Können wir nicht, okay. Wir können ja dem Gefangenen seinen Button geben. Das kriegen wir bestimmt schon mal hin. Hallo, Knastbrüderle. Hallo. La 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 la. La la la. Es klappt überhaupt nicht. Tra la 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 la. Und reden geht bestimmt auch nicht mehr. Hallo? X? Psst. Was ist? Da kommt der coole Arm wieder raus. Hallo, coole Arm. So. Wenn du zu den Protestlern gehörst, musst du doch ihr geheimes Handzeichen kennen, oder? Klar. Kannst du es mir zeigen? Damit du es ihnen verraten kannst? Nein, ich brauche es und ich bin einer von euch. Dann müsstest du das Zeichen doch selber kennen. Ähm, tu ich ja auch. Ja? Dann mach das geheime Zeichen. Damit du es ihnen verrätst? Kein Problem, aber du zuerst. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, ob du zu uns gehörst. Außerdem, du sitzt schon ziemlich lange im Gefängnis. Vielleicht hat man dich einer Gehirnwäsche unterzogen. Hm, in Ordnung. Jetzt du. Okay, du bist einer von uns. Sag ich doch. Das war natürlich sehr schwer. An der Barrikade war von einem Kuchen die Rede. Ja, tolle Leistung. Ich wollte eine Pfeile, um mich befreien zu können. Was haben die Genies mir geschickt? Einen Meißel. Der Gedanke zählt. Hätten sie auch noch einen Hammer im Kuchen versteckt? Vielleicht. Darüber wird bei der nächsten Gruppensitzung zu sprechen sein. Kann ich den Meißel vielleicht haben? Wir könnten ja später gegen die Pfeile tauschen. Ich bräuchte den Meißel. Kannst du ihn mir leihen? Wofür brauchst du ihn? Äh, ja. Vielleicht könnte ich dir damit bei deiner Flucht helfen. Klingt nicht schlecht. Aber wie wäre es, wenn du erst einen Plan hättest und ich dir dann den Meißel gebe? Äh, furchtbarer Typ. Wegen deines Meißels? Ja. Ich hätte vielleicht den passenden Hammer dazu. Tatsächlich? Das wäre ja großartig. Ja, aber... Ich gebe ihn nur im Tausch gegen den Meißel. Was für einen Hammer. Erstmal, ja, müssen wir auf jeden Fall. Du musst mir erst einmal kurz den Meißel leihen. Danach gebe ich ihn dir samt Hammer zurück. Hm, und wenn nicht, vielleicht wirst du von der Wache erwischt, oder? Du begegnest beim Hämmern der Liebe deines Lebens und vergisst mich einfach, oder? Vielleicht wirst du zum Gott des Donners ernannt und verschwindest nach Asgard. Alles möglich, mehr oder weniger. Aber ich bringe dir Hammer und Meißel ganz bestimmt zurück. Nee, das ist mir zu riskant. Oh, dieser Typ, dieser Aktivisten, furchtbar. Ähm, ähm, ähm... Was für einen Hammer willst du denn genau haben? Wie, was für einen Hammer? Einen Hammer halt! Oh, da gibt es große Unterschiede. Ich habe lange bei den Zwergen gelebt und habe da so einiges im Gebiet der Hammerkunde aufgeschnappt. Willst du einen zwergischen Stahlkopfhammer, einen gemeinen Rundkopfhammer oder einen Warhammer? Einen zwergischen Stahlkopfhammer? Für Links- oder Rechtshänder? Ich will doch nur ein paar Steine aus der Mauer schlagen. Aus dieser Mauer? Hm. Was für einen Meißel hast du denn? Baujahr? Legierung? Ich... weiß nicht. Hammer und Meißel müssen unbedingt zusammenpassen. Tun sie es nicht, kann das fürchterliche Konsequenzen haben. Tatsächlich? Ja? Natürlich. Schwingungen des Meißels könnten das gesamte Gebäude instabil werden lassen. Was nützt dir ein Loch in der Wand, wenn du unter Tonnen von Stein liegst? Aber ich weiß nicht, was das für ein Meißel ist. Pfüff. Deswegen sollte man immer nur mit Profis zusammenarbeiten. Gib mir den Meißel, ich suche den korrekten Hammer. Oh, danke. So. Juhu. Tja dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Natürlich, das machen wir. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir dem Golem die Arme schon mal abtrennen können. Also der Statue da hinten. Ich hätte ja gerne die ganze Statue als Golem benutzt. Ich weiß nämlich nicht. Die Ritterrüstung wäre vielleicht sonst ein guter Körper. Die in der Schule. Eventuell. Meißel. So, probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt es ja. Oh, oh. Ich hoffe, du hast nicht vor, Stadteigentum zu beschädigen. Witt? Natürlich nicht. Das ist gut. Andernfalls müsste ich aufstehen, ganz bis zu dir rübergehen und dich verhaften. Den Stress wollen wir mir doch lieber ersparen, oder? Ach, dieser fürchterliche Typ. Das ist ein Sinn. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Und je weniger ich mit ihm reden muss, desto besser. Kann ich nämlich Schleim durchs Gesicht ziehen? Leider nicht. Oder Wasser ins Gesicht. Was? Was? Ging das? Nee. Nein, das ging nicht. Ähm. Häuflein Ruß ins Gesicht? Auch nicht. Ein als Foto zeigen? Auch nicht. Eine Maus in die Rüstung? Auch nicht. Mann, hier geht ja gar nichts. Oder vielleicht mit dem Hammer die Rüstung verbiegen? Leider geht das auch nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal zur Schule. Wir können ja das Ding da eh nicht abtrennen. Vielleicht können wir aber... Aber bis der sich da rausgehämmert hat? Ich weiß nicht so recht. Hallo? X? Pst. Was ist? Die Wache würde doch verschwinden. Das geht offenbar nicht. Bist du es wirklich, X? Klar. Mach das Zeichen. Okay. Alles in Ordnung. Tja, dann... Tja, dann... Pass auf dich. Ich passe. Und auf mich auf auch. Und da haben wir das Abflussgitter. Können wir da vielleicht die Maus reintun? Nur mal so just for fun. Vielleicht können wir uns eine Praline holen. Hey, Timmy. Glaubst du, du könntest einen Weg durch die Kanalisation in die Bäckerei finden? Klar, könnte ich. Und könntest du vielleicht eine Praline ausleihen? Nein. Aber ich kann eine klauen. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht dazu anstiften, etwas Illegales zu tun. Es ist für Ratten nicht verboten, Lebensmittel zu stehlen. Man erwartet es geradezu von uns. Na gut, das stimmt. Tatsächlich? Klar. Oder hast du schon mal gehört, dass eine Ratte wegen Mundraub ins Gefängnis geworfen wurde? Hm. Das stimmt. Dann los. Hoffentlich klappt's. Ach so, übers Dach. Ich dachte, durch die Kanalisation. So. Da ist Timmy. Er ist drin. Dim, dim. Hm. Sieht aus, als könne er nur eine Sorte Pralinen mitnehmen. Eine rot verpackte oder eine blau verpackte? Ich sag mal, rot für den bösen Oger, blau für den guten? Für den Magier? Eine blaue. Hm. Er hat's verstanden. Er macht sich mit der blauen Praline auf den Weg nach... Oben? Was hat er denn vor? Huch? Wilbur! Hm? Da bist du ja. Die Praline! Fang! Jetzt du! Nicht nötig! Hui! Ach, wie süß. So. Die Praline haben wir jetzt auch. Dip, 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 dip. Na, wie hab ich das gemacht? Ja, ganz großer. Große Klasse, Timmy. Ach, wie schön. Jetzt gehen wir hier zum Plätzlein, dann gehen wir in die Schule rein und dann gucken wir mal, ob wir eventuell ins Lehrerzimmer kommen. Ich bin da noch gar nicht so sicher. Und die Statue, mit der Statue können wir leider nix machen. Hallo, magische Tür. Hallo, magische Tür. Na du? Ähm, hallo? Wie lautet der Zugangscode? Ich, äh... Der Code lautet 460941. Korrekt. Ähm, solltest du dann jetzt nicht aufgehen? Ich kenne Ihre Stimme nicht. Sie wurden mir von Direktor Bloch nicht vorgestellt. Aber ich habe den Code. Ich verfüge über ein zweistufiges Sicherheitssystem. Der richtige Code muss angegeben werden und dies muss in der Stimme eines mir bekannten Lehrers geschehen. Ach. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sag ich doch. Ich, ähm, ich bin's, Direktor Bloch. Ich verfüge zwar über keine Sehorgane, aber ich habe hervorragende Ohren. Sie sind nicht, Direktor Bloch. Hm, die Tür lässt sich nicht so leicht hereinlegen. Der Code muss in der Stimme von Direktor Bloch gesprochen werden. Das ist ein Problem. Hm, ein ganz großes sogar, verdammte Axt. Es sei denn. Was kann ich für Sie tun? Hm, genau das meine ich. Kannst du Stimmen nachmachen? Ich kann über 17 verschiedene Vogelstimmen imitieren. Mir geht es aber eher um menschliche Stimmen. Tut mir leid. Ich verfüge nur über eine Stimme. Eine sehr schöne Stimme. Oh, natürlich. Ich kann allerdings Gespräche aufzeichnen. Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Fantastisch! Fantastisch! Okay, du kannst jetzt aufhören. Wie funktioniert das mit dem Aufzeichnen? Ich kann jedes Gespräch aufzeichnen, das Sie führen. Auf Wunsch spiele ich nur bestimmte Stellen der Aufzeichnung ab. Das heißt, wenn ich den Direktor dazu bekomme, 4, 60, 9 und 41 in irgendeinem Zusammenhang zu sagen, könntest du diese Zahlen in seiner Stimme wiedergeben? Korrekt! Hervorragend! Na, das kann ja lustig werden. 4, 60, 9 und 41. Das sind die Zahlen, die wir brauchen. Wie ist der Stand? Es wurde noch keine der genannten Zahlen aufgenommen. Tja, das ist ja noch nicht so viel. Das ist alles. Das ist sogar erstaunlich wenig. Ich frage dich später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Natürlich, Siri. Tschüss. Okay, wir gehen nochmal weg. Wir haben eine blaue Praline. Ich hoffe, das ist die richtige Farbe. Tüt, 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 tüt. Hm, wenn die blaue Praline nicht anschlägt, dann gehen wir mit einer rote. Ich glaube, da ist Alkohol drin in den blauen oder in den roten. Und dann kann der andere Oger uns nämlich bestimmt was sagen. Lalalala, lalalala, lalalala. Weihnachtsmusik. Schade, dass hier keine Weihnachtsmusik ist. So, wechseln wir uns hier mal quer durch die Bilder. Und als erstes, bitteschön, Herzloff, ein lecker Pralinchen. Schau mal, ich habe dir eine Praline besorgt. Das ist ja fantastisch. Danke. Fantastisch. Siehst du, so hilft man sich unter Magiern. Der eine will eine Praline nach Ladenschluss, der andere braucht Hilfe bei einem Golem. Tut mir leid, Wilbur, ich kann dir nicht helfen. Selbst wenn ich wollte. Ich habe kein einziges Teil behalten. Jetzt geht das wieder los. Und nein, ich werde mir nicht die Ohren zuhalten. Herr Direktor Bloch? Ja. Hm. Ach ja, das Klassenfoto. Diese Fotografie einer Schulklasse war im falschen Schrank. Ich würde sie gerne richtig einsortieren, weiß aber nicht wo. Zeigen Sie mal. Na, sag ein Zahl. Der Jahrgang steht doch groß und deutlich da. 1462. Zwei und 60? Ja, zwei und 60. Ah, danke für Ihre Hilfe. Okay, die 60 haben wir jetzt schon mal. Fehlen noch die vier, die neun, die 41. Würden Sie bitte einmal neun sagen, Direktor Bloch? Nein, warum sollte ich? Einfach so? Professor Wetterquartz, es mag sein, dass Sie Ihre Abende mit Albernheiten verbringen, aber ich bin gerne auch in den Abendstunden produktiv. Natürlich. Verzeihung. Wie viele Ringe der Macht haben die Menschen erhalten? Wovon sprechen Sie? In diesem Spruch. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Sie wissen schon. Nie gehört. Na, der feine, belesene Herr Bloch. Hm, rote Ballons. Wie viel kann man da wohl brauchen? Neun und neunzig? Ich überlege, ob wir für die Einweihung der Schule morgen früh Ballons aufhängen sollten. Rote am besten. Was würden Sie sagen? Was ist eine typische Anzahl für rote Ballons? Wir haben keine Ballons im Budget. Und ich finde sie auch eher unpassend. Acht und neunzig vielleicht? Neun und neunzig? Keine Ballons, habe ich gesagt. Ja, schwierig. Da ist ja richtig schwierig. Ich hätte jetzt Lust auf ein schönes Zwergenstarkbier. Sie nicht auch? Es würde Sie auf der Stelle töten, das wissen Sie. Ach, ich bin bei den Zwergen aufgewachsen. In der Garnisonskneipe hat der Kellermeister ständig Zwergenstarkbier ausgeschenkt. Das ist streng verboten! Sagt wer? Ausschankgesetz, Paragraf 9, Absatz 1. Zwergenstarkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden. Paragraf 9 sagt das? Paragraf 9, allerdings. Hm, das hat der Kellermeister wohl nicht gewusst. Ich werde gleich morgen früh eine Brieftaube schicken und vor der Gefahr warnen. Okay, jetzt fehlen noch die 4 und die 41. Warum hat man ausgerechnet Sie zum Schatzmeister ernannt? Nun, ich denke, die Ratsvorsitzende schätzt meine korrekte Art und saubere Buchführung. Außerdem war ich, wenn ich das einmal ganz unbescheiden so sagen darf, in meiner Jugend mehrfacher Mathematikmeister. Mhm. Sie waren also in Ihrer Jugend Mathematikmeister? Mehrfach sogar. Hm, dann sagen Sie mir, was ist... 2 plus 2? Okay, wir haben 4 und 41. Plus, können wir doch schon mal gar nicht brauchen. 17 minus... 17 minus 13 könnten wir brauchen. 17 minus... Bitte, willst du mich verarschen? 17 minus 50, 17 minus 27? 27 plus... ... sind minus 10. Das sind 35, das sind 23, das passt alles überhaupt nicht. Minus 10. 45. 35. 3 im Sinn... Ja, richtig. Ich bin begeistert von Ihren Mathefähigkeiten. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Also, nun gut. Was ist... Oh, Weyer. 37. Machen wir mal ruhig... Oder wir machen 65. Einfach nur mal just for fun. 65. 65 plus... Oh Gott, ich bin so schlecht im Kopfrechnen. Das ist so legendär schlecht. 65 plus... 50. Da sind wir bei 115. Ähm... Mal gucken. 50 minus... 115... Äh... 115 minus... 115... Das wird alles nicht hinkommen, ne? Nee, das wird alles nicht hinkommen. Da hat man zwei, da hat man... 47. 68. Ja, habe ich auch. Ach du heilige Scheiße. Ich müsste mir jetzt mal alles aufschreiben, was es an Kombinationsmöglichkeiten gibt. Ich bin begeistert von Ihren Mathefähigkeiten. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Also, nun gut. Der Ekelhafte ist sogar noch... Was ist... Der Ekelhafte ist sogar noch geschmeichelt. Widerlich. 17... 37 plus... 37 plus... 37 plus... Ich weiß ja nicht, was ans Nächstes kommt. 37 plus... Das sind 64. 64. 27 plus... 64. Da kommt ja gar nichts... Das kommt überhaupt nichts hin. 64... Da kommt überhaupt nichts von hin. 33. 97. Ja, habe ich auch. Okay, ich glaube, da muss ich mal offscreen gleich ein bisschen durchgehen. Ansonsten probiere ich gerade mal... Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Das probiere ich gleich nochmal. Dann schreibe ich mir mal alle Zahlen auf von allen Durchgängen. Und dann gucke ich mal selber, wo die Sachen rauskommen. Weil sonst hängen wir da wahrscheinlich an die ganze Folge dran. Vor allen Dingen, weil ich beim Moderieren immer so schlecht rechnen kann. Oder generell so schlecht rechnen kann. Im Kopfrechnen bin ich echt mies. Aber gut, das mache ich gleich mal heimlich. Und wir gucken uns trotzdem mal ein bisschen um. Ich würde nämlich gerne noch dem... Ich glaube, ich muss noch eine rote Praline und eine blaue Praline holen und die Bonbonpapiere vertauschen. Vermute ich mal. Denn ich glaube nicht, dass da jemand freiwillig eine Alkoholpraline frisst. Und hier muss ich das Handzeichen geben, obwohl uns die ganze Sequenz fehlte, dass wir angeblich ein Handzeichen brauchen. Das war die Erfahrung. Das war der Fall. Das war die Frage. uno... Einablesがfallen...